Super durchgesetzt. Oh, das könnte es sein. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen in diesem Spiel. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor.